hallo und herzlich willkommen zurück zu Kroger gilt 3 ja das sein könnt und zwar schwer diesmal wirklich auch schwer und nicht so wie die erste Mission und auf Co und das schon wir hätten waren die Art und treibend hat er schon gesehen und dann hat unser um Co gespart und jetzt sollte es hoffentlich wieder funktionieren wo schießt du bei mir schon Leute haben geschossen und schieße Zeit ich kann ja auch was zu schießen und das die kommen von hinten gell Kontakt im Eingang! Hab ich. Oh jetzt kommt sie. Machst du überhaupt was oder ist es der Computer? Ich schmeiß Granaten. Also bist du das? Ja. Okay. Ist das auch einer? Neue Waffen. Oh was liegt denn hier schönes? Wo ist das? Die PDW gefällt. Flug mit Bursas. Wow. Oh ich hab tatsächlich auch keine Money mehr. Au. Noch 10 Schuss. Die sollten eventuell die Scharschützen ausschalten. Theoretisch. Wow. Warum packt es sich einfach bei mir durch die Wand? Nein, ich bin tot. Ich lieg. Leg dich hin. What the fuck? Ja gell. Die backen sich durch die Wand. Da kommt noch einer. Papi. Ich bring das wieder in den Ort. Keine Sorge machen. Bring dich hier raus. Wo schießt er? Ich kümmer mich. Ich seh keins. Da drüben sind noch welche. Au. Mann. Anken auf mich? Ganz ehrlich. Ist da noch einer? Ja. Granate. Ich denk das war's oder? Um. 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 Und Usas. Munition für Um. Munition für Usas. Okay. Von mir aus können wir weiter. Ja? Ja warte. Der bei mir jetzt hätte die Money aufgenommen. Okay. Au. Oh. Gott. Schreckt mich doch. Lauf. Mach was gescheites. Ich geh auf die andere Seite. Woah. Ich bin down. Wo bist du? Ne. Ne. Die. Du. Toll. Toll. mit der Pistole. Ich mag die Pistole. Okay. Ich mag die Pistole. Okay. Messer. Ich krieg das nö. Panzer Klasse. Panzer Klasse. Der Bildschirm hat auch Panzer Klasse. Okay. Let's go. To the mall. Ich seh die. Scheiben. Warte warte. Warte warte. 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 Warum mache ich dich Herbogat? Warte. 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 Kommst du zu mir? Warte. 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 Prozent der Wettbewerb Watzel war Watzel war Watzel war gebeten einigen Juli ja schon wieder Jetzt stirbst du aber nicht noch mal. Okay, ich schiebe meinen Arsch. Was sieht denn da noch für eine Waffe? Das ist die UMP und hier, die da. Und da, die Epica. Meine Ecke. Oh, gerade so ein Team steht auf der Ecke. Jetzt nicht mehr, jetzt liegt er. Warte, ich muss mal kurz Munition nehmen. Für meine AEK hier. Ja, die ist cool, gar. Ah, ja. Ich... Ich gehe nach unten. Nicht? Okay, sonst regst du dich immer auf, wenn ich oben gehe. Oh, ich gehe nach oben, ich gehe nach oben, ich gehe nach oben, ich gehe immer. Nun kann das nicht. Du musst in Position gehen. Mit E. Mit E. Und das ist ja nicht die richtige Prosi. Och, das soll man an die Tür gehen. Ich bin ein Schiller. Drück E an der Tür. Oh, da muss ich wohl oben und du runter. 1, 2, 3. Ich kann nicht. Jetzt? Ja. Ja. Meine Waffe ist schön. Weißt du was? Sie machen das... Ich mache das Quick-Termy, weil dann rennst du runter und ich hoch. Okay. Warum geht das jetzt nicht los? Ah. Ich gehe runter. Ist hier unten überhaupt jemand? Oh. Das verstehe ich als ja. Das gibt es doch gar nicht. Ich komme. Ich habe die Typen nicht gesehen. Auf der anderen Seite, gell? Ja, ja. Boah. Die haben mich aber auch glücklich geschossen. Okay, kann sie doch runtergehen. Oh Mann. Warum verpassen die mir so schnell so viel? What the fuck? Wieder tot. Nein, 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 nein. Noch nicht. Jetzt. Was ist unglaublich? Ich kann ihn da hinten nicht treffen, weil ich dann nachladen muss. Oha. Sorry ist die Schauer. Tut mir leid. Das ist nicht beabsichtigt. Nein, das machst du nur mit Absicht. Hey, wir haben ja Techlight. Ich treffe gar nichts. Hey, der ist grad gegen die Scheibe gesprungen. Haben die Patensack? Weck dich. Da ist da noch einer. Wie viel halten die aus? Da ist da noch einer. Wie viel halten die aus? Ich kurz noch nachladen und dann komme ich runter. Warum steht der auf einmal da? Ich hab gedacht, ich hab alle. Bist du da? Ja, ich bin unten. Wenn's nicht einfach geht, dann halt auf Speer. Aua. Ja, ich bin heute Abend ziemlich nubig. Multiplayer und score. Oha. Macht ja kein Gesicht. Muss nachladen. Jetzt muss ich nachladen. Jetzt muss ich nachladen. Ja, ist gut. Er ist tot. Er ist tot. Du bist total höchst. Liebe. Nein. Lieber ein Murmlein noch einmal mehr schieben als einmal weniger. Kennt so den Film der Ex-Ferte bilden? Nein Ah, jetzt müssen wir mal mit dem Auto fliegen, gell und schießen wir nicht nochmal in den Kopf What the fuck Wow, da steht einer an der Tür Wieder immer noch zwei Leben Ich weiß, sicher ist sicher Ah, schließ dich dein Aua Mach die Tür Ich tue schon eh Du musst ihn abschießen Ich fahre Mach Mach schon, fahr, fahr, fahr Letztes Mal hab ich's Fahr nicht, bleib stehen, ich muss nachladen Wooh Ja, cool Okay, dann gleich die nächste Mission Bis dann